Jetzt gibt es ganz gut der. Alter, zack ich dir noch. Sind wir zwei da? Ja, wer denn? Rät Feuerstahl. Hast du den? Ich will die Leila! Die wunderschöne Leila. Wo ist die Leila? 3, 2, 1 und weg und tschüss. Das war tschüss. Ich will trotzdem die Leila. Ich habe einen Puff. Und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, Jünger, geiler. Ich habe trotzdem die Leila. Oh! Oh! Das ist reinkommen! Volle, volle! Oh! 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 Scheiße! Ich bin schon da wie ein Jungfrau. Alter, geht noch! Früh Leila! Ich habe einen Puff! Und meine Puffmama heißt Leila. Wie schön da, Jünger, geiler! Leila! 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 Oh, fuck! Was geht jetzt ab? Leila! Wo? Jetzt aber! Die wunderschöne Leila! Ich habe mich geschlagen! Scheiße! Wuhu! Der Zug! Der Zug hat keine Bremsen! Der Zug! Der Zug! Der Zug hat keine Bremsen! Boah! 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 Jetzt stell dich vor eine volle Gunde mit dem dicken Carina! Boah! 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 Hartstyle! Ja! Boah! 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 Die allerletzte! Nächste! Volle Pulle! Finale! Ich hab einen Pumf! Und meine Pumfbamba heißt Leila! Ich muss immer anschließend dabei sein! Jetzt wieder einchecken! Also wenn wir den kotzen wollen, kotzen bis hier!